Eiersalat. Drei, zwei, eins. Kinder. Hey, endlich kann ich mich steilen, wie ich schon immer machen wollt. Eier, Kinder, es ist voll auf die Unterhose gegangen. Ich hab kurz vorlegt, ob ich mich hier unten rum nackt hinstellen soll. Na gut, weiter geht's. Hey Kinder, was gehen wir euch ab? War das eklig. Vor allem war es im Kühlschrank, das Eier, es war eiskalt. Ah, somit ist diese Eier-Geschichte beendet, das soll jetzt die nächste Strafe folgen. Ich weiß nur noch nicht, was. Das einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre... Och nein, diese behinderte Schneemap. So, Kinder, ich fick euch jetzt richtig tot, oder? Also wie gesagt, erstmal wieder eine ganz normale Runde, denn man weiß ja nie, ob ich nicht einfach so auf die Mütze bekomme. Ich bin der Nikolaus. Und trotzdem frackt er mich an. Wie kann das sein? Das war gar keiner, ich sehe einfach schon Gespenster. Hallo Bitch, stand still, my fucker. Du Zachary. Du haariger Zachary. Mal mit dieses behinderte Replay, bis du mich ankommst. Aber wer schießt denn da jetzt? Ey, ich hasse diese Drecks-Map. Ich glaube, auf Demand hab ich noch nie gewonnen. Noch nie. So eine behinderte Affen-Map. Fuck you. Er kommt raus, wie so ein Hurensohn kommt einfach aus seinem scheiß Haus raus und meint, er muss mich hier ficken, Mann, geh weg. Mann ey. So. Ist rastig aus hier. Dann wird man noch von Mates angeschossen und wundert sich hier noch. Wundert sich, warum man hier sich wundert. Ja? Brauchst dich nicht zu wunden bei sowas. No chance, they got no fucking chance against me, because I'm Mr. Wie ge- ach so, ich war rot. Ich wollte grad sagen, wie hat er jetzt einfach reingepre-firet, der Drecksfall? Ja! Siegbert-Schnösel! Klaut mir meinen Kill. Siegbert! Dieser Siegbert. Guck mal, wie er eskaliert. Du Mutter einer Tochter. Haha. Game fort. Wuuu! Aha, Bitch. Haha, er schockt neben mir! Touchabatch! Pfff! Leute, ich bin doch echt gespannt. Glaubt ihr? Kindergla... Du pappiger Drecksack! Er hockt auf... Glaubt ihr, ich schaffe die 2.000 Abonnenten? Weint ihr das gerade mal? Also jetzt zum... Kamelopisser. Pfff! Zum Jahresende hin, schaffe ich das? Oder schaffe ich das? Ich schaffe das, oder? So. Achtung. The plasma fucker? Shit! Er hat schon einfach schon... Wow! Schon damit gerechnet. Noch einer! Ey, wie sie unseren Turm hier stürmen! Sie wahnsinnig! Zwei bei uns im Haus, Mann! Habt ihr das gesehen, wie der Maid auf unseren Maid geschossen hat? Shit, ich bin rot. Dann gehen wir da. Fuck! Das war ein bisschen klar, ne? Das war ein bisschen klar. So. Wo sind sie? Die Pises! So. Oh! Siegbert! Ich brauch deine Hilfe! Siegbert Schnösel. Bitte. Hilf uns in dieser misslichen Lage. Siegbert Schnösel. Ja, er hat ein Dösel. Denn er ist Siegbert Schnösel. Ich... Ey. Ich kann jetzt nicht... Ich kann die Kamera jetzt nicht... Beziehungsweise sie ist voll gelaufen. Ich kann mich jetzt aber nicht darum kümmern. Ich muss jetzt hier den Sieg herholen. Ey! Deine haarige Mutter, Mann! Hat einen Stammplatz beim Friseur. Weil sie so ein wundervoll dichtes Haar hat. Haarige Galosche! Wo kommen die denn die ganze Zeit her? No chance, Mann! Diese verwichste Glock! Ey, ich bleib hängen! Ja! Ja, gib mir mit deiner Scheiß... Es ist so knapp! Es ist so knapp! Ja! Knife! Ihr fetten Bitches! Stimme, das ist so ein behinderter Schrotfitten-Mongo! Okay, er kann nichts dafür, dass er die Schrotfitte gerade hat. Also kein Schrotfitten-Mongo, sondern einfach so ein behinderter-Mongo! Ne, Quatsch! Hey, jetzt mal im Ernst. Diskriminieren hier gewisse Volksstimme. Ah, warte schön! Warte schön! Lass euch noch eine andere Strafe einfallen. Beziehungsweise, ich werde deine CD mit Handicap anfangen, ab nächster Folge, wenn ihr nichts anderes schreibt. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Tschau! Tschüss! Jetzt rasten wir nicht so aus.